Warte, warte mal, kann ich jetzt? Ne, ich brauch Level 8. Ja, dann lass mal irgendwie Level 1 nochmal. Warte mal, lass den Weekly-Mode. Weekly-Challenge machen. Weekly-Challenge willst du machen? Jo. Ach, da haben wir auch Heroes vorgegeben und das Deck vorgegeben. Ja. Ah! Ah! Keinste ja noch so als Wochenspecialerino. Okay, wen nehm ich denn? Gabriela? Stink-Eye oder Midnight? Stink-Eye, der macht so mit Totems und der hat ne Lux-E. Ich nehm Midnight, Midnight sieht cool aus. Ne, komm, ich will auch neun, dann mach mal Stink-Eye. Ja, du kannst die alten ja auch nicht nehmen, ne? Ne, doch, Gabriela kann ich nehmen, ist ja meiner. Achso, oh, okay. So, Deck ist ja vorgegeben. So, ja. Dann würd ich sagen, ich blende links und du rechts deine Guardians? Ja. Und wo starten die denn? Ach, von da und von da, okay. Ja, von einer Seite oder der anderen Seite. Ja, ich weiß schon, wo ich links zubauen werde. Theoretisch gesehen, jeder hat seine Seite. Ja, ich mach links, du rechts. Ich weiß auch schon, wo ich links zubauen werde, damit die da halt den Weg laufen, sag ich mal. Passt schon. Mal gucken, wie das Stinkauge so ist. Mal sehen, wie Mitternacht ist. Die ist, äh, Nahkampf außerdem, ne? Oh ne, oh man. Sag mir das noch früher. Ja, wohl. Du bist ein Spaß. Du bist ein Spaß. Ich bin kein Spaß. Du schaust mir in die Augen so, als würdest du dich trauen. Ja, na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Kennst du das, ey? Ja, doch, aber kennen die Alper, das ist so. Was ist eigentlich die Challenge? Einfach nur überleben, oder wie? Ja, die ganze Challenge machen. Ich weiß nicht, vom Sterne bekommen? Keine Ahnung. Ja, deswegen. Weil vom Sterne ist ja so unsere Grenzmarke. Die werden wir nicht schaffen. Alter, bin ich fett, sag, ey. Erstmal die Tüschel, alle Wurms, weg. Die kommen erstmal nur, sowieso nur von einer Seite, dann nach Max. Ja. Äh, welche waren hier zu planten? Scheiße. Ach, unten war der... Weiß nicht, ich weiß nicht, welcher welcher ist. Das, äh, wenn du hingehst, dann siehst du das. Hat man Barriers? Oh Gott, man hat Barriers, Gott sei Dank. Ja, hab ich mir auch gerade so gedacht, ey. Must place on the floor, passt da. Muss Barriers hier planten. Deckhand Guardian. Moin. Let's get up there. Äh... Na, guck, ich hoffe mal, der macht ordentliche Arbeit. Flip Trap. Oh, scheiße. Was? Ich hab Wall Blades. Die kommen nur von deiner Seite erstmal, ne? Ja, die kommen nur von hier erstmal. Oh, nice. Passt mir ganz gut. Welchen Guardian muss ich denn hier planten? Ich glaube, das war der. Scheiße, ich weiß es nicht genau. Egal, ich komme zu dir. Alter, ich muss mit solchen Totems spielen. Ach du Scheiße, das kann ja lustig werden. Ja, dann mach doch mal ready. Achso, ja. Hä? Und wo kommen die denn? Wunder, okay. Oh. Das ist so cool. Lord. Yo. Gut, dann ballern wir aber den Toten hinten. Zack. Äh. Okay. Ich guck mal, mich um die hier. Irgendwie. Ja, wie wär's mit den Boss hier erstmal killen? Oh, lol. Mit Gio kann ich einfach durch alle durchrechen. Go ahead. Weißt du, dass der Boss hier einfach durchläuft, Maxi? Ja, ich bin auf dem Weg, aber ich bin nicht schnell, man. Haben wir. Das ist meine I. Ich weiß nicht, was meine I ist. Irgendwas cooles. Ist okay. Ich hab sogar Mana, Dings. Oh. Alter, die saß dick hier alles. Er macht voll scheiße. Ja, sieh, hier ist auch nicht unbedingt geil. Ich hab kein Leben, Mann. Leben. Leben. Oh, shit. Vielleicht nicht so geil. Da kommen so ein paar zu dir, ne? Ja, ich weiß. Ich mach, was ich kann, aber... Ja, ein bisschen scheiße, hab ich gehört. Ja, wir haben keine Fallen geplantet, so, ne? Irgendwie. Wow. Das war so bad von uns. Ja, weil wir den Fehler gemacht haben, dass wir bei beidem gestartet haben. Bei beiden Seiten. Ja, ja. Wo bin ich denn jetzt? Guck auf die Mini mehr. Ja, ich seh's auch grad. Die kommen wieder nur von links. Komm hier links. Ist das denn ernst? Ob die von mir nie kommen? Okay. Was hab ich denn? Ich hab ne Teerplatte. Leute, wegfalle. Ich hab so ne komischen Wallblades. Pushwall. Und was hab ich denn hier? Irgendwas, um an die Decke zu blenden, okay. Ja, das hab ich auch. Schock, Schocksepper. Äh, hau ich hier mal ein paar Teerplatten, würd ich sagen. Aua. Ja, komm ich hau hier ein paar Teerplatten hin. Und ein paar Wegschleuderfallen? Von mir aus kann man... Ja. Muss ja, ne? Ich hab ein paar Blades hier hingestellt, mal gucken. Oh Leute, mein Ding steht hier noch. So, sagen sie mal, komm. Au! Lauf da nicht hin. Schon wieder ein Boss-Minion? Ist das deine Ernte? Oh, die Kleine. Hier der große Boss-Minion. Loll, der macht einfach die Dings kaputt, ne? Ja. Hab ich noch. Ja, der hat's kaputt gemacht. Ah, kann ich nicht setzen, ne? Okay. Loll, die laufen einfach durch die Fallen durch, geradeaus. Tust du davon irgendwelche? Alle. Was? Alle willkommen. Ja, hier kommen noch ein paar mehr. Ja, hier kommen noch ein paar mehr. Ja, das Gute ist halt, dass die One-Nit sind, ne? Das sind die kleinen Runner-Dinger halt. Die miesen scheiß Dinger. Alle, wie viele kommen denn von den Dinger an? Ja, das frag ich mich auch gerade, Mann. Ja, die sind so scheiße, ne? Alter. Die kommen immer noch nur von einer Seite. Neh mal, wo läuft die lang? Hier, da. Erstmal muss das Ding hier wieder zu. So, dann machen wir das mal so. Mal gucken. Ah, geil. Ich weiß nicht, was ich hier für Fallen stellen soll. Ich hab halt nur beschissene Fallen hier irgendwie. So, muss ich ja sagen, ne? Sind halt irgendwie halt alle scheiße. Tja. Äh, du hast dich schon alles vollgehauen mit Blades, Alter. Ja. Ja, ich hab jetzt beim Dings, äh, wo die hinwollen, hab ich einen gesetzt. Laufen die jetzt auch hier lang? Ne, tun sie nichts. Ne. Was denn? Ne, ist grad ein bisschen verwirrend hier. Ja, die laufen da lang, weil die denken, geil, hier geht's lang. Aber da geht's halt nicht lang für die. Ja, so, ich hab kein Dings mehr. Ach, Gottchen. Und schon wieder ein Boss, ne, ne? Denkst du denn? Ja, ja, sonst langweilig. Boah, wir sind auch dem nicht, ey. Wir können auch ein Guardian setzen, ne? Stimmt. Ah. Nein, theoretisch könnten wir das machen, ja? Alter, was da ankommt. Guardian macht das nicht. Ach du, Kacke, ey. Die ersten laufen durch. Nein. Wow, die Blade-Fight sind ja mal voll scheiße. Ja? Ja, die treffen die überhaupt nicht. Wir können nur noch fünf durchlassen, ne? Wir müssen halt irgendwie hier noch irgendwas platzieren, dass die hier nicht durchkommen können. Sondern zu dem Dingsrennen. Hier kommt gleich der Bossfall, ne? Ja, hallo. Oh, ich hab kaum noch Leben. Ich bin tot. Ja, ich kann die nicht aufhalten halt. Äh, das packen wir nicht, ey. Ja. Das ist ein bisschen scheiße. Wow, alter, die sind halt stärker als erwartet, man. Okay, ich werde definitiv Gabriella nehmen. Nächste Runde, weil mit der kann ich wenigstens spielen. Ey, wir können die Weakle-Challenge, glaube ich, nicht nochmal machen, ne? Meinst du? Doch. Locker können wir die so oft probieren, wie wir wollen. Locker nicht. Doch, klar. Hä? Wow, ist das dumm. Ja, warum sollen wir die nicht nochmal kennen, hallo? Ja, gut, klar. Hast recht. So, ich werde diesmal mal Gabriella nehmen. Ja, dann nehme ich den Spacke hier. Nein, glaub mir, den willst du nicht spielen. Ja, die andere ist auch scheiße. So, let's go. Weil die Sache mit dem ist, du musst die ganze Zeit auf deine Toten schießen und irgendwie Damage zu machen. Also, du machst auch nur Damage, aber... Besser als einfach gar kein Damage zu machen. Ich bin in solchen Spielen nicht der Nahkampftyp, Alter. Bin im Nahkampf einfach übel schlecht. Übel schlecht. Übel schlecht. Ja, schade, dass dein Max... Ich meine, die Taktik, die wir hatten, die war gut mit dem Blockieren da. Vor allem, dass die einfach jede Wave aus der einen Richtung kamen, bloß. Aber wir müssen die noch anders platzieren, die Blockaden noch. Ich zeig dir das gleich mal. Irgendwie, wir müssen die halt noch zu dem anderen Guardian locken, weißt du? Ne, wir hätten einfach auf den Weg zu dem Ding rein. Hier am Ende hätten wir einfach noch Bächeln setzen müssen, dass wir den zweiten Guardian-Spot benutzen. Ja, eben, meine ich ja. Das heißt... Pass auf, ich habe so eine Vermutung, wir gehen jetzt beide links erstmal. Ich dachte, sie kam rechts. Ach nee, links kam es, das stimmt. Wir müssen sie... ...hier blockieren irgendwie. Aber hier kann man die gar nicht blockieren. Ja, deswegen. Kann man die hier oben blockieren? Hier oben auch nicht. Nein. Oder? Kannst du nicht blockieren. Hier, wo wir sie blockiert haben, das war schon gut. Komm mal her. Ja, bin am Weg. Hast du noch Geld? Ein bisschen. 1000 von 500. Komm mal her, kannst du hier... ...noch eine hinstellen? Hier. Ja, nice. So rennen sie zum Guardian. Sicher? Ja. Sie rennen hier hoch, sie rennen hier hoch. Sie rennen wieder um zum Guardian. Nice, okay, sehr geil. Hast du da blockiert, ja, ne? Ja. Sehr gut, okay, gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir müssen halt jetzt ordentlich verteidigen jetzt erstmal. So heißt das du dann die ganzen Guardians hingestellt. Meine Q ist irgendein Golem und meine E ist irgendein Golem, ne? Ja. Mein Rechtsklick ist was? Das ist ne Deluxe, eh. Ah. Oh, cool. Das rechte, das rechte Slow-Tier oder Stunty und das macht den Schaden. Ach so, man kann nur ein... Oh, okay. Okay, wir machen dem Ding deutlich mehr Schaden, aber... ...komm schon. Ja, ich hab meine Gabriela. Ich brauch' immer meine Gabri. Ja, ich hab' keine Mana oder die Scheiße. Kommt der! Ja, doch, mit dem kann ich schon besser spielen, als mit der ollen Tante eben. Komm' besser. Vor allem kommen wir jetzt schon wesentlich besser durch. Die war gut, die Fähigkeit. Ja. Multi-Kill bekommen, yeah! Guck' mal, wir kommen hier jetzt schon wesentlich besser durch. So, die laufen da hoch. Ja, klar. Aber sie drehen halt wieder um. Nice. Okay. So, jetzt Traps aufbauen. Am besten muss eine Blockade bei den Guardian hier vorne hin, weil der einfach überhaupt nicht zum Kampf kommt. Was hast du gesagt? Ne, ich hab' jetzt schon gemacht. Aber wieso willst du... Ach so, dass die zum Guardian laufen? Ja, dass der Guardian mal zum Einsatz kommt, weil der macht kaum was. Das ist das Problem. Ja, gut, klar. Klar. Ich hab' jetzt einfach trotzdem noch mal ein paar Dings bei ihm platziert, ne? Ja, ja. Das sieht schön. So. Ja, let's go, würde ich sagen, ne? Ja. Müssen wir zusehen, dass das jetzt die zweite Wave, dass wir ein bisschen Geld sparen, weil ich hab' das miese Gefühl, dass in den letzten Dingen halt kommen sie auch von der anderen weiter. Stimmt, wir hatten eben nur drei Wave's gemacht, ne? Ja, und ihr kam jedes Mal von hier halt. Ja. Ja, aber im letzten werden sie locker noch von der anderen Seite kommen. Ich denke, wir sind jetzt ganz gut dabei. Ganz gut gesaved eigentlich. Komm wieder ein Boss. Komm her! Ja, nice! Das war ne schöne Fähigkeit. Kommt, die kleinen Zwerge. Die sind ein bisschen scheiße, ey. Aber die kann man schön, wenn die auch um so ne Gasse rumkommen, mal schön hier stehen bleiben und schießen. Ja, guck mal, das geht doch. Oh, schon viel besser. Schon viel besser spielen wir hier. Ja, gut, wir wissen ja, wir wussten ja auch jetzt, was auf uns zukommt, halt. Ja, klar. Schön. Oh, schön. Herrlich. Ich kriege die ganze Kombis, Alter. Ich habe eben eine Multi-10er-Kill-Kombi bekommen. Oh, ich glaube, da müssen wir auch gleich kein Geld mehr ausgeben, ne? Ich weiß, hier noch eine Tarpalle hinhauen. Mehr mache ich nicht. So. Die Frage, die ich mir ja stelle, ist, wenn ihr so ne Trap im Baust, ne? So ne, so ne Dings mehr, ob die rausgeschossen werden. Hä, vielleicht hier. Guck mal, hier, hier, hier. Ja, aber andersrum. So irgendwie. Ja, ich stelle hin. Ja, vielleicht. Möglicherweise. Dann haue ich hier auch nochmal eine hin. Okay, mehr Geld spare ich jetzt. Ja, wir sparen das Geld. Ja. Na gut, komm, komm. Wir kommen ja ganz gut klar gerade. Ja, eben, eben. Dürfte ganz gut worken. Wir haben gerade schon wieder viel zu viel Zeit verballert, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir das noch packen jetzt. Das glauben ja weniger. Da ist er. Ja, ne, die Ertinger kommt ja jetzt. Schöne Sache. Ja, wir haben jetzt auch diese Blitz, das Verstärken halt. Ja. Das ist gut, dass du leidest. Und rush die mal eben rein. Ja, hier laufen gerade paar durch. Aber ich krieg die alle. Ja, hab alle. Hast du, nice. Hab alle. Nur, der Guardians 2 kann das sein. Weiß ich nicht. Ne, der lebt noch. Die Geist ist halt gut. Okay. Kommt noch welche durch? Ja, da kommt noch welche zu dir. Guardian ist im Arsch. Ja, aber das dürften wir eigentlich packen. Okay. Ja, doch, das haben wir. Das haben wir. Ja, ich fasse schon mal auf, dass die hier nicht durchlaufen. Ja, nein. Die ganzen Minipiecher teilen sich halt noch. Das ist das übelnervige. Jetzt kommen sie wahrscheinlich von... Nee, sie kommen nicht von der anderen Seite. Ja, okay. Ja, nice. Äh, Stunts, Minions was 3 seconds. Tja, Platten. Weiß wein, was haben wir hier? Zappen. Äh, ich würde jetzt hier noch irgendwo ein paar Sägefallen hin holen. Irgendwie. Ich werde hier diese Zapper mal hinstellen. Ja, mach mal. Scheint ja dafür, dass er 2000 kostet. Äh, was habe ich noch? Ich habe noch... Ja, so eine Wand-Säge-Dinger. Ich habe davon noch so viele, Alter. Ich habe auch so viel Geld. Ich bin ready. Ich habe nichts ausgegeben eben. Go, 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 go. Ja, ich auch nicht. So, go, 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 go. Hättest vielleicht nur so ein Lightning-Ding herprostet sollen, aber egal. So, letzte Welle. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin da. Mein Guardian, stell ein Guardian hin. Mein Guardian ist weg. Scheiße, stimmt. Stell ein Guardian hin. Ach du Scheiße, ich kann dann jetzt nicht mehr da ab. Oh, nee, Schilder. Schildmenschen. Okay. Da nochmal ne... Rechtsklick. Die Sache ist, ich kann hier halt alle da drin stunnen und da im AOE. Deiner Kursch. Ja, das ist übel gut. Alter, der Boss will durch, ne? Ja. Deswegen glaube ich auch gerade nur auf den Raum. Alter, gerade so. Dieser Schild-Typ. Viele. Ja, aber unser Guardian regelt ganz gut. Ich tu, was ich kann hier hinten. Ja. Dann lenkt ihr auch... Lenkt ihr den einen oder anderen vielleicht mal ab? Ja, sie kommen hier jetzt gerade mittlerweile alle lang. Ich bin hinten und Depp. Äh, ich komm zu dir. Ja, alles gut. Unsere Sägeballen regeln hier gerade ganz gut. Ja, alles gut. Das Blitzteil scheint ganz gut zu sein. Die sind auf einmal alle weg. Ja, nice, wir haben es geschafft. Ich glaube, die Blitzteile hätten wir mehr bauen sollen, weil die haben... Ja, die hat die Blitzteile gestört. Da war so ein riesen Welle eigentlich noch. Aber die war auch immer weg. Zeit haben wir nicht gepackt. Ja, die... Ja, ja. Ja. Ja, was kriegen wir denn für die Daily Challenge, dass wir die geknackt haben? Weiß ich nicht. Ne War Mage Chest, ja, nice. 350 Dings. Ich hab wieder zwei Kisten geklebt. Ja, ich hab ne... Was für Chests haben wir bekommen? War Mage Chest. Ich hab ne War Mage Chest. War Mage Chest und War Mage Hero Victory Chest. Oh, ich bin zwei Level aufgestiegen. Ich nur ein halbes. War Mage Unlocked. Ja, das ist das neue... Der neue Schwierigkeitsberat. Eben. Ja, wieso hast du ne War Mage Chest bekommen? Weil ich schon level up war wahrscheinlich. Ja, gut. Das kann sein.